so und ja herzlich willkommen wieder zu einer runde meine kraft in der vanilla vision so er nimmt auf letztes mal ja warum ganz woanders die die aufnahme hat einfach abgebrochen weil die festplatte überlaufen müsste krieg ich das eigentlich schnell mitgenommen das pferd hier ich glaube ich brauche dazu ein bisschen was zu essen für ein pferd haben wir so nix da mal gucken so wie gehe ich denn am besten hier runter ich will eigentlich auch noch mal eine treppe hochbauen ganz gut wenn hier eine treppe wäre habe ich treppen mit habe keine treppen doch habe darf ich auch aus faulstufen können wir erst mal machen zwei gemacht bleiben wir bei zwei jahren so und dann machen wir drei jahren ich neige ja zu drei diese reihe noch weg machen in dreier stufen sagt er dazu ich merke schon gesagt sehr einverstanden damit dann machen wir das mal so ich nenne es heute nicht in stimmung nur 18 fps kann auch in der festplatte liegen die ist auch nicht mehr ganz so toll die festplatte ich muss mal sehen hoch dass da sowas problem ist so so macht denn da so ein lärm das habe ich natürlich zu wenig stufen das natürlich schade ach je das ist ja doof alter schwede ist was los das ist noch nix die sind hier unten ja hier wird noch ein zugang hinkommen damit ich ja noch damit man da den lärm abstellen kann kommt noch kommt noch kommt alles noch kann man das so lassen ja das kann man so lassen ach so die fackeln muss ich mal wieder fackeln hinstellen das ist ein bisschen doof hier ein bisschen fackeln muss ja sein oder so ach es sieht so geil aus mach ich so 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 die komische fackel hier weg ja gut so das Pferdchen müssen wir nur überzeugen was wollte ich eigentlich machen ich weiß selbst was vergessen langsam begrünt sich das hier wenn man sieht ganz langsam haben Knochen mehr mit leider nicht auch keine Knochen ne nö 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 nix also meine Diamanten will ich wegpacken auch was habe ich denn noch in Ausrüstung naja das ist eine minimale Ausrüstung im Minimum muss ich auf jeden Fall noch mal wieder das ist eindeutig zu wenig Diamanten ich packe es da hinein weil da ist es sicherer huch weil da habe ich eine Enderkiste und die Enderkiste kann kein von anderen kann von keinem Fremden geräubert werden ich brauche ein bisschen mehr Kühe sehe ich gerade das ist noch ganz schön wenig geworden hier und wieso ist eigentlich kein Grün da kann man da nicht mit Knochenmehl grün machen ich weiß das gar nicht dann nehmen wir ein bisschen was mit hier vielleicht haben wir das Pferd davon überzeugt ein bisschen viele Kühe dann doch zu uns zu kommen dann einmal Milch sammeln kann ich auch mal machen so gib mir Milch so haben wir Milch haben wir so sehr schön und dann hier kommt macht mal Bibis hier guck mal seid ihr denn alle was seid ihr denn alle wer will noch wer will noch wer will noch wer will noch so ich glaube das haben wir alle ne jup so kriegt jemand damit das Pferd gekauft gucken wir mal ups haben wir noch Diamanten in der Tasche das ist nicht so gut heute hier gegen zu laufen aber hier laufen ja nicht so viele bösartige Menschen rum so hallo Pferdchen dann gucken wir mal ob wir das glücklich kriegen hallo ja Essen tut das aber glücklich wird er nicht was müssen wir denn ergeben davon dann war ich glücklich haben wir Äpfel noch da gucken wir mal mal so mit Äpfeln das ist der Herr der Böse irgendwie schlecht gelaunt sehr schlecht gelaunt so dann gehen wir mal hier wieder hin da durch ab so so weiter geht's wenn wir mal den Sattel abmachen ne sehe ich gerade oh Telefon natürlich das muss natürlich sein Telefon setz ist und Karotten mal sehen was davon geht. Ah, ich kann mal aufhören, das Telefon. Ruhe jetzt. So, da durch. Es ist dunkel, gerade dunkel. Es ist mir gerade dunkel. Ich muss schlafen. Schlafschlafen. Ist ein Terror-Telefon. Hör mal auf jetzt. So, jetzt versuchen wir das mal mit Apfel, das Pferd auf unsere Seite zu ziehen. Schicke Musik. Das Pferd ja auch mal füttern, ne? Ach so, die ganze Stroh da gewissen. Äh, ja, das ist ein Spaß weg. Ah, der will das, äh, gleich aufsteigen, ne, wirklich ja gar nicht. Huch. Ah, die ganzen Hausen wollen da was von mir. Die flippen voll aus. So. Ah, sehr beharrlich. Sehr beharrlich, sehr beharrlich. Sehr beharrlich. Sehr beharrlich. So. Ach, ist das nervig. Ich kann jetzt die Aufnahme nicht unmöglich, ich kann sie jetzt unmöglich beenden, jetzt unterbrechen, will ich nicht. Ich nehme immer die ganzen Blöcken auf, deswegen, ich würde ja jetzt keinen Schnitt machen. Deswegen lasse ich die Leute einfach mal weiter klingeln da, einfach so, ne? Dann müssen sie mal durch. So. Tee ist eine. Und dann Apfel? Ah. Wird nicht glücklich. Hat nicht geholfen. Das ist ja mein Gefühl, was ist das für ein hartnäckiges Pferd, Mensch. Von Äpfeln kriegt man so wenige. Haben wir noch irgendwo Äpfel? Das ist der will nicht. Das ist einfach ein büses Pferd, das will einfach nicht. Also Möhrchen ist da nicht. Hm. Hab ich da noch? Hab ich da noch Äpfel? Schauen wir mal schnell nach. Hallo Wofis. Läppi. Läppi. Huch. Der hat Äpfel gar nicht gegessen. Der isst hier. Der isst die Sachen gar nicht, die ich ihm gebe. Der verweigert einfach. Ah. So eine sehr hartnäckig. Meistens wollen die Leute da was, wenn die so nerven. Na gut, ist das halt mal eine kurze Aufnahme. Was soll denn das? Ach Mensch, ist das nervig. Okay. Ich bin dann mal wieder raus. Dann gibt es halt eine kurze Folge nur. Dann bis bald. Euer Steiner. Ciao. Aui. Aui. Ah, hat man schon aufgegangen? Ach, mal trotzdem. Schauen wir mal, was los ist. Tschüss. Tschüss. Grill oder so ein Grill oder so, ne? Grillplatz. Das ist eine Terrasse halt. Ähm, hm. Ich könnte mal noch überlegen. Jetzt wollte ich aber eben schnell meine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hier sieht es ein bisschen trist aus. Also hier will ich auch ein bisschen grüner haben. Die scheiß Wüstengegend hier so ein bisschen weg haben. Äh, die war hier oben. War es das hier überhaupt in diesem Haus? Nein, es war gar nicht in diesem Haus. Ich bin jetzt verwirrt. Überlegen, war es hier? Ich überlege jetzt gerade, wo ich jetzt... Und jetzt war ich da in der Kiste. Das war hier. Hier im Keller. Genau. War so lange nicht mehr hier. War schon alles nicht mehr. So, dann kann das alles rein hier. Äh, Rätstum kann raus. Muss da nicht noch nicht gelagert werden. So. Ja, Kürbisleitern. Die muss auch nicht da drin sein. Clostone. War auch nicht zwingend. Redstonelampe. Redstonelampe, glaube ich, so viele von da. Enderpen. Oh, ne, wie viel Enderpen ich schon habe. Alter Schwede. Feuerkugeln. Ähm, ja, die kommen woanders her. So. Die lässt sich auch mal verschwinden, glaube ich. Die habe ich eigentlich für, äh, für Schiffe gebraucht. Genau, aber. Ah, lass uns noch mal drin. Lassen wir es da drin. So, was haben wir alles jetzt voller... Ja, ach so, ja. Irgendwie viel zu viel Eisen. Obwohl, das hätten wir auch in der Hütte lassen können, das ganze Eisen. So, tun wir den auch hier rein. Clostone. Das ist Clostone. Clostone, hopp. Clostone, Clostone. Wo packen wir das denn rein? Das Erde? Haben wir hier irgendwas? Nein. Holz-Items. Holz. Und hier die habe ich jetzt nicht beschriftet. Holzkohle, das ist das. Also das ist immer links beschriftet. Also die rechts ist... Die ist noch gar nicht beschriftet. Da sind Steine drin und da oben ist Seelensand drin. Das... Das Erde. Das ist gut. Da könnten wir eigentlich so vor dem Haus mal anfangen, den Game scheiß wegzumachen. Dann tue ich jetzt... Roter Farbstoff. Wo ist die Redstone? Irgendwann hat er eine Kiste für Redstone gehabt. Warum haben wir das nicht so? Glas. Sandstein. Was? Kies. Laub. Setzlinge. Redstone. Immer links. Wo ist denn hier Redstone? Äh? Da habe ich ja... Da bin ich irgendwie der Beschriftung nicht treu geblieben. Da hat er auch einen Pfeil dran gemacht. Achso. Da hat er Pfeile dran gemacht. So. Das haben wir hier in keinem Fall reingemacht. Okay. Das kommt hier rein. Redstone. Haben wir reichlich. Da oben ist Erde. Das ist falsch. Erde haben wir ja noch woanders. Dann tun wir aber hier auch... Redstone-Lampe tun wir auch hier rein. Glowstone. So machen wir das. So machen wir das. Und die Kürbislampe auch. Kann man die eigentlich wieder zerlegen, weil das ist eigentlich ziemlich sinnfrei, diese Kürbislampe. Können die eigentlich wieder zerlegen, was sie mal waren? Ne. Geht nicht. Kann sie nicht wieder zerlegen. Ja, dann tun wir es so oben mit rein. So. Jetzt haben wir so Dekoration eigentlich. Das müsste man woanders reinpacken. Warte mal. Die müssen wir woanders reinpacken. Hier irgendwie. Weiß nicht. Haben wir hier irgendwas für Dekoration? Dekoration. 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 Was passt denn gut? Das ist nicht beschriftet hier, die ganzen Bereiche. Dekoration. Was ist das? Glowstone. Achso. Tun wir das mal durch Staub. Nehmen wir mal mit. Tun wir da hinten hin. Genau. So. Da rein. Muss hier alles nochmal überarbeitet werden. Hier mit der Beschriftung. Das gefällt mir alles nicht so ganz. So. Die Sattel. Die Sattel wollte ich ja bei den Pferden hinstellen. Da brauche ich nochmal eine Kiste für. Da brauche ich Holz. Holz, Holz, Holz. Hier haben wir irgendwo Holz. Da ist Holz. Also mal links davon. Was wäre? Da ist kein Holz. Holzstufen. Holzstufen. Kohle. Also holztechnisch bin ich hier total unterversorgt. Ja. Okay. Mhm. So. Ach, die Milch mal in den Kühlschrank bringen. Oh, lolololol. Hier nach oben. Da gehe ich wieder nach oben. So. Hallo Wufis. Haben wir noch eine Milch. Hey. Milch ohne Ende. Ei. Ei. So. Die Wufis müssen auch hier gefüttert werden, ne? So. Tue ich dann hier mit rein. Hm, 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 hm. Frischäpfel. Möhren. So. Gebratenes Hühnchen nehmen wir mit. So. Erde haben wir dann. Das verbrauchen wir dann schon mal. Huh. Geht nochmal durch. Ich kann mich verarschen. So. Irgendwann sind wir Fremdeinbrüche auch. Warum? Das war was noch so gut. Strandhaus. Ja, wenn ich das wegmache, ist das natürlich kein Strandhaus mehr, ne? Wo hier ist noch noch Strand, ne? Würde ich sagen, hier lassen wir den Strand auch, aber hier oben im Haus herum machen wir es grün. Kann auch weg jetzt. So was auf jeden Fall machen wir es grün jetzt. Terraformen wir es hier alles mal. Zack, zack, zack. Ist ein bisschen langweilig, aber... Okay, mache ich jetzt einfach mal. Ach, ich wollte noch was ganz anderes machen. Da habe ich irgendwo noch ein Haus angefangen, das ist auch noch nicht fertig gemacht. Dann wollte ich mal gucken, wie ich da weitermache. Und dann machen wir hier schön die Erde hin. Hier auch. Und hier auch. So. Mal gucken, ob ich diese... Ach, ich diese Türfunkgeschichte mit reinschneide hier oder als kleinen extra Videoclip raus tue. Was dann im Vorteil hätte, dass ich dann für zwei Tage Videos hätte. Also zweimal hintereinander. Aber sonst bleibt das bei einer Woche Abstand. Hm, ja. So gut. Machen wir gleich weiter. Ich wollte also den einen werde ich auch noch mal schnell los hier. Wie tut das denn los? Tue mal hier doch. Ach, das ist dann... Dann mal auf sie hier. Ich frage, wie weit will ich das machen? Ich bin da jetzt so noch gar nicht sicher. So. Genau. So, daraus machen wir... Hopp, hopp. Blocke, zack. Die können wir da auch noch mal schöner machen, ne? Genau. Glatter. So. Sparplatz. Sieht auch gut aus, wenn man das dann verbauen möchte. Aber ich wollte jetzt... Was... Wo muss ich denn da noch mal hin? Wieso hier ist hier Glas? Hä? Warum ist hier Glas? Warum? Das ist nur an dieser Einstelle hier. Einstelltes Glas. Warum? Hä? Das ist merkwürdig. Ich tu einfach mal so einen Block da rein. Schass auf. Man sieht mir der Susu hier kaum. Verstehe ich nicht. Warum das Glas ist? Ich glaube, ich gehe jetzt falsch, oder? Ja, ich gehe falsch. Die Sonne geht schon wieder unter. Wird immer zu regnen. Super. Damals gedacht, dass ich das Ding gebaut habe. Mann, ist das schön groß. Aber eigentlich ist das ein Winzling an Haus. Dann habe ich dann das Ding gebaut. Ah, ist das schön groß. Aber eigentlich ist es auch noch klein. Aber es sieht schon besser aus als das dann, ne? Oder? So, ich finde schon. So, von Weitem sieht es schon ganz gut aus. Hier hätte er hier noch ein bisschen Fenster haben müssen, ne? So, wir gehen ja mal rein. Schlafen eine Runde. Hopp. Hopp. Wir sollten eine Runde schlafen. Wollen wir das Wetter genießen? Nichts, dass man ja ein Kripper von oben runterspringt. Ja, schöne Schatzte dann. Und gute Nacht. Kann ich auch schön bei dem Bett schön entlüften. Also mal so. Also, wie habe ich das Gefühl? Da hat sich so... Wurde sowas verändert. Ich muss mal gucken gehen. Das ist richtig. Das ist richtig. Die Füße werden hier oben... Die Füße werden hier oben... Ja, okay. Das Ding ist mein ich schon. Irgendwas wollte ich hier unten auch machen. Ich war mir noch nicht... Ich bin noch nicht schlussig, was ich hier baue unten. Ich wollte wahrscheinlich ein ausgiebiges Höhlen-System bauen. Oh, hier fehlt eine Treppe. So, jetzt... Habe ich gar nicht da... Auf der Treppe, dass wir hier eine Treppe gegensetzen. Das sieht so ein bisschen... Ja, es ist noch nicht ganz fertig alles. Aber ich habe noch viele Baustellen. Viele, viele Baustellen. Ähm... Ich muss da lang. Ich bin damit auch noch nicht ganz zufrieden. Irgendwas anderes denn? Weil, glaube ich... Irgendwelche Lampen oder so. Keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung. Oh, ich darf auch nicht so lange machen. Das ist noch wieder zu kurz. Ich glaube, ich schneide die Folgen zusammen. Das ist jetzt noch zu kurz. Ich muss ja auch gleich ins Bett. Denn... Denn... Kann ich eigentlich den Sattel abnehmen? Ah, mit Schiff. Dann kann ich das nicht. Dann kann ich ihn vom Sattel befreien. Siehst du wohl. Dunges Rieschen. Jetzt aber eilig. Oh, wo wird er dann lang flüchtet? Lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Das ist okay. Aber hier noch eine Kiste? Nein. Ist jetzt noch gerne eine Kiste gemacht. Kann man jetzt eigentlich Rucksäcke hier schon machen? War das schon hier? Wollen wir mal ausprobieren. Hm. Auch hier haben wir nochmal Erde. Das ist gut. Die können wir ja mitnehmen. Die Erde können wir einfach mal spontan mitnehmen. Dann können wir noch ein bisschen terraformen den Baum auch. Dann pflanzen wir einfach irgendwo mal hin. Kaktus, Kaktus. Den brauchen wir nicht so dringend. Dann können wir hier auch noch ein bisschen terraformen machen hier. Dass die Kühe auch auf Wiese stehen können. Dann werden wir hier alles Wiese machen hier. Machen wir alles raus hier. Dann kriegen die Kühe auch hier Wiese hin. Huch. Nein, wollte ich gar nicht. Und dann zack, zack. Ja. So. Nehmen wir sozusagen schon mal eine Pipeline hin, damit das Grüne sich ja schon mal rüber legt. Huch. Da fällt ein Samenkorn. Warum? Komm, warum? Warum, warum? Das ist die Frage. So. Haben wir da gefuscht? Schein, haben wir noch mehr gefuscht hier irgendwo? Nö. Alles gut so weit. So weit, so gut. Dann können wir es wieder wegpacken. So. Okay, verteilt sich schon. Alles klar. Eigentlich können wir da drin, wenn wir schon dabei sind, können wir ja mal, warte mal. Können wir hier auch gleich mal weitermachen. Na? Ja, die werden mir gleich alle im Weg stehen, glaube ich. Kann das sein? Hopp, hopp. Hossa. Jetzt hast du auch einen Pushy und dann ist gut. Machen wir es mal um den... Da können sie mir nicht... Ah, ne. Da können sie mir nicht in die Wege kommen. Gehen wir zur Seite. Gehen wir zur Seite. Ach, jetzt habe ich den Tor gemacht. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Die haben wahrscheinlich schon so... Ja? Komisch. Na? Krieg gar nicht rein, aber warum nicht? Immer zur Seite, doofe Kuh. Jetzt. Wir sind Wege. Zur Seite. Oder? Was verdränge ich euch alle hier? Ja, mich. Schwer, ja? So. Ja, meine Haufen. Was soll denn das? Geht mal weg. Geht mal weg hier. Geht mal weg da. Weg da. Weg, 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 weg. So. Ach, ihr doofen Kühe. Die sterben gleich. Wo will ich mit Spaten einschlagen? Oder sind die gleich tot? So. Ich muss gleich noch mal ein paar nachzüchten. Hier vielleicht sterben einige noch. Weil die ja permanent im Weg sind. Gehen wir zur Seite. Gehen wir zur Seite. Gehen wir zur Seite. Dann kann ich hier auf der Erde nachlegen. So. 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 Hör zur Seite. Anstrengend. Ihr Kühe seid echt anstrengend. So. Wo kommst du denn her? Wo kommt der Hund her? Ich habe gar kein Leckerli für dich mehr. Doch, habe ich hier frisch. Jetzt kommen die alle hier her. Sollen die hier? Wo kommt ihr her? Ja. Komm mal gleich. Wie kommt so. Ich habe keine Kühe. Das ist halt so süß. Hallo Wundis. Na? Ist das noch gut? Ich habe keine Kühe. Rechte ich hingesetzt? Ja, ich gesetzt. Komm her. So. Ich brauche noch mehr Erde. Hopp. Hopp. Raus mit dir. Raus mit dir. Kriege ich die rausgekürzt? Oder muss ich dich von den Hunden rausjagen lassen? Raus mit dir. Ist der freiwillig raus? Okay. Dann brauchen wir leckere Fleisch hier, um die Wuffis zu locken. So. Wuffis, komm. Kommt die Wuffis. Wuffis, komm. Nein, nein, nein. Du gehst vielleicht so schön drin. Hallo? Doofe Kuh. Was soll denn das? Du gehst auch rein. Na komm, Wuffis, ja? Na, bleiben die Hunde da drin, passen auf. Okay. So, ich muss ja was essen. Das ist dann nämlich das rohe Fleisch. Das soll er ja gar nicht. Na? Okay, jetzt ist er dich da hin. Das ist ein Bauer, ja nicht. Komm, da sitzen. Ich höre doch ein Zombie. Hm. Es wird schon wieder dunkel. Okay. So, dann habe ich ja zusammen dann wieder eine 30 Minuten Folge zusammen. Stunde schaffe ich heute nicht. Was ist das für den Streifen? Wenn wir... So, was ich eigentlich wollte, kann ich jetzt euch gar nicht zeigen, wo ich hin wollte. Muss ich nochmal schlafen gehen? Ich kann auch da schlafen gehen. Das ist ja Quatsch, immer da hinzugehen. Ich werde den nochmal mit, weil ich hoffentlich nächstes Mal wieder weiß, was ich machen wollte. Das ist der Hase jetzt. Den lassen wir aber laufen. Den lassen wir jetzt laufen. Hallo, Wuffis. Hm. So, hier ist mal ein kleines Schläferchen-Raum. So. Pop-bom. Soll ich was nicht anders haben, tun wir die Sattel alle hier rein. Hoffe, ich weiß nächstes Mal, wo die sind. Ach, die Baumwolle ja noch pflanzen. Das tun wir auch noch. So. Alles frei, frei, frei. Aber noch keine Belegung. Ich weiß auch nicht, für was ich das belegen möchte. So. Gehen wir da raus. Oh, was war denn das? Das ist ein Hund? Wo kommst du denn hier? Hey, Wuffi. Was ist denn da? Bist du ausgepüpt? Dann komm mal mit. Dann guckst du ein Hund aus hier. Kommt er mir hinterher gelaufen? Ich hoffe. Komm, Wuffi. Komm. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, komm her, komm her, komm her. Ach, komm doch mal her jetzt hier. Ja, das läuft hier eine Kuh weg. So, reingemacht. So, was auf. Jetzt hab ich auch das Fleisch, um dich zu locken. So, komm mal mit. Komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit hier, komm mal mit hier, komm mal mit hier. Dann macht ihr noch einen Hund. Oh Mann, ihr seid anstrengend. So. Ach. Das ist der Kleine hier. Kommt er mit? Da sitzt er da. Da sitzt er fest, glaube ich, ne? Oh ja. Einen Riesenkopf hast du. Was soll für einen großen Kopf? Den Hund gleich zu fassen hier. So, jetzt. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Der Hund kommt nicht. Jetzt kommt der Hund. Da. Hier bleibt. Ja. Setzig. Aha. Du gehst wieder rein. Du gehst wieder rein. Rein mit dir. Rein. Rein. So. Ach, muss man wieder Babys machen hier. Da haben wir die Kühe verloren. Ach, jetzt habe ich gar nichts mehr drin. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist auch noch nichts reif, ne? Doch. Aha. Okay. Hattest du nicht mal bei den Einfällers frei, weil das ist das anderes gewesen, was der angepflanzt hat. So. So einfach ist das. Dann pflanzen wir die nochmal schnell wieder hin. Natürlich. In dieser Reihe. Jetzt reicht mir eben schnell wieder unsere Rinderzucht hier wieder. Und zu feuern hier. Hopp. So. Da wir ja schon so viele verloren haben. Ja, hey. Mach mal Babys hier. Noch jemand? Nein. Ja, ist jetzt mal nicht zu wollen. Was denke ich? Ja, Spangius. Nein. So, sind die Hunde hier. Na gut. Wir sind voller Hasen. Auch lästig, die Hasen, ne? Okay. Das Grün breitet sie aus. Wird hoffentlich bald die Kühe erreichen. Wunderbar. Gut. Jetzt zeige ich mal kurz, wo ich eigentlich hinwollte. Ich hoffe, wir schaffen es, bevor es dunkel wird. Mhm. Ich habe überhaupt bisher nichts Sinnvolles erzählt. Kann sein. Ja, aber nur... Ich mache Geräusche. Ja, ist halt so. Ist halt so. Was ist? Okay. Ich sehe schon. Geister. Gespenster. Gibt es nicht schneller? Es kann schneller gehen. Du bist doof. Ich mag es nicht mehr. Ah, hier ist auch noch... Hier muss auch noch ganz viel Erde verteilt werden. Auch immer noch ein bisschen Terraformen. Terraformen. Ah. Hö? Das stimmt hier nicht. Das muss ich ja nicht auf gerade. Ach, jetzt. Das sah jetzt merkwürdig aus. Gehe ich jetzt eigentlich richtig? Hm, was wir denn haben? Papier. Und das. Was haben wir hier noch? Das ist auch frei. Hm. Keine Ahnung, was das soll. Ich möchte Papier haben. Na gut, geht der jetzt nicht. So. Muss ich mal überlegen, wie ich jetzt... Wohin komme. So ein bisschen unsicher. Huch. Fand ich hier in die Treppe hoch. Ah, da war die Treppe. Also ich sollte hier auch so ein bisschen einen Weg machen. Bisschen. So. Machen wir so. Okay. So. Schade, dass man es da nicht kann. Da können wir es nicht machen. Wo die Tür ist. Ist sehr schade. Ich weiß doch gar nicht, ob die Tür hier noch Sinn macht irgendwie. Irgendwann Sinn macht. Ich habe da eigentlich jetzt nicht so viel Verständnis für diese Konstruktion. Äh. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Was? Hier komme ich nicht irgendwie weiter? Ne. Hier ist keine Tür. Hm. Ich weiß das nicht mehr. Ach. Ich war doofkopf. So. Jetzt werden wir vielleicht mal hier die Wege beschriften oder sowas. So. Ja, damals gab es das noch nicht mit Sandplattklopfen oder so. Da musste man Kies auslegen oder Steinwege gebaut. Das haben wir hier so gemacht. Hier war alles Wüstenlandschaft. Ist auf der Hände. Und jetzt war ich überlegen. Ja, wo habe ich was gebaut? Ja, wo habe ich dann was gebaut? Ich glaube, in dieser Richtung habe ich was gebaut. Ja, dann ist das doch genau. Da bin ich noch nicht fertig geworden mit. Da muss ich noch ran. Da wollte ich so aus komplett so Naturholz was bauen. Das ist noch nicht so genau, wie es am Ende währt. Was mir da am Ende auch gefällt kann. Sollte ich das total wieder weg machen. Mal schauen. Da wollte ich mal so komplett mal ein Haus aus dem Naturholz bauen. Das ist sehr dekadent, verschwenderisch, aber wollte ich mal gemacht haben. So, mal gucken. Vielleicht machen wir hier nächstes Mal weiter. So, an dieser Stelle bin ich weg und habe meine 30 Minuten doch geschafft. Vielleicht hänge ich die anderen so 10 Minuten ran oder auch nicht. Schauen wir mal. Werdet ihr ja sehen. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Ich bin dann raus. Euer Steiner. Ciao.